einen wunderschönen guten morgen alle die zum ersten mal da sind herzlich willkommen zurück an alle die schon wieder da sind was machen all coins heute haben wir wieder zwei drei vier zum analysieren da freue ich mich drauf wenn ihr bock habt dass ich morgen mal euren coin analysieren so schreibt es einfach in die kommentare und versuche ich das morgen gerne für euch zu machen und wir fangen jetzt wie immer an mit light coin 112 70 wir erholen uns ein bisschen nach diesem möchte auch jetzt einfach mal kleinen absturz das waren vom hoch bis zum tief natürlich auch schon einige prozente da sind von hier 18 prozent die wir verloren haben da tut eine kleine erholung mit sicherheit gut alles wie gehabt alles wie besprochen kein weiterer abverkauf am wochenende wo wir meistens relativ seitwärts laufen ihr seht hier auf tagesbasis wir sind unter diese rote linie gedippt aber nicht unter meiner angesprochenen 110 das war positiv hier ein zwei drei tage in folge gehalten das war gut jetzt sind wir wieder über dieser roten linie dennoch bleibt für mich hier noch kein trade möglichkeit wir haben diesen knoten punkt bereits hinter uns gelassen jetzt müssen wir hier erst mal drüber kommen sprich die 115 30 nach oben hin überwinden falls das passiert werden wir setzte zügig auf die 116 77 steigen und das ist dann eine erneute tages die ein tages close über die 116 77 führt uns in 121 brechen die 126 und weiter hoch jetzt gerade für mich kein trade wäre in richtung nur noch von 7 kriegen vier stunden close unter der marke von 110 ab die wilde fahrt richtung 107 wenn die nicht hält 101 xrp müssen wir auch nicht viel zu sagen hier haben wir gesagt okay schlagen auf der goldenen linie auf kriegen eine leichte erholung und ballern dann durch bis jetzt ist hier gar nichts passiert ihr seht auf tagesbasis diese goldene linie die von oben kommt die hier die müssten wir erst mal nach oben hin brechen dann die nächst höhere resistance das ist in dem fall die 78,5 cent bevor ich hier über den spekulatius long nachdenke das läuft also hier oben über dieser goldenen linie vorher mache ich gar nichts am besten bleibt es dabei finger von der sache bis wir die 80 cent wieder auf tagesbasis nach oben hin durchbrochen haben dann können wir auch mit höheren kurzen rechnen ansonsten spricht das jetzt hier nichts für ein reversal wir haben einen ganz klaren abwärtstrend der erstmal gebrochen werden müsste dafür brauchen wir ein höheres hoch ein höheres tief und dann können wir auch wieder sowas machen ist jetzt gerade noch nicht zu sehen bei cardano ganz genau das gleiche wir haben unser tröten pattern sind wieder reingefallen hier oben war die short möglichkeit runter und gold angelaufen perfekt aufgesetzt bären flagge abgefrühstückt und jetzt mal gucken wie es weitergeht wir befinden uns jetzt gerade mitten an resistance ihr seht hier diese vier stunden vier stunden vier stunden sollten wir darüber kommen das ist hier diese marke von 1 dollar 5 3 dann können wir damit rechnen dass wir hier nochmal nach oben kommen in den 8 in die 19 und hier sind diese ganzen vier stunden kerzen wenn wir dann wirklich diesen knoten punkt nach oben herausnehmen sollen die marke von 1 also das ist leicht absteigen die marke von 1 dollar und 10 cent dann haben wir die möglichkeit wieder in alte regionen zu steigen sprich 1 dollar und 10 dann geht es erst mal auf 1 13 und dann hier oben auf 1 17 brechen die glaube ich auch dass wir noch mein 1 25 steigen werden ansonsten müssen wir weiter damit also mit meinen weiteren abverkäufen rechnen wenn wir von hier nicht diesen knoten punkt nach oben hin durchbrechen sondern eher über rollen spricht dabei eine vier stunden klaus unter der marke von 102 und das treue in richtung 98 95 und dann 90 cent öffnen bei wie chain sieht das ganze ganz genau so aus ne wir sind sehr sehr gut angestiegen und haben dann ja genau unsere linie nach unten hin durchbrochen jeden jedes einzelne tage sage ich mal bisher nach unten abgefrühstückt und dabei bleibt es auch hier ist im moment auch kein reversal zu sehen dafür müssten wir diese goldene absteigen die linie nach oben hinnehmen und gleichzeitig die horizontale resistance rausnehmen die auf vier stunden basis hier verläuft ihr seht das war support 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 das ist widerstand das ist die marke von 7,2 cent brechen wir das nach oben können das ein möglicher neuer trend in richtung norden werden und dann wäre ich erstmal dabei bis in richtung 7,7 cent brechen die auch noch dann kann es durchaus weitergehen sollten wir allerdings hier weiter so etwas machen kommen noch mal hier dran und dann hier durch diesen knotenpunkt fallen unlustig ganz unlustig kann das dann bei wie chain werden passt darauf auf jetzt gerade gibt es noch keine trademöglichkeit solana sieht ja im endeffekt genauso aus hier sind wir auch geranget sage ich einfach mal zwischen diesen beiden grönen linien zwischen dieser und zwischen dieser und so lange wieder nur so lange wieder bleiben machen wir auch gar nicht sollten wir nach oben hin ausbrechen haben wir mit sicherheit sondern das wäre dann der bruch der marke von 115 dollar dann haben wir mit sicherheit die möglichkeit noch mal hier hinzukommen die 120 die 123 hier so in diese range da kommt uns dann diese goldene linie entgegen sollten wir die auch noch nach oben hinnehmen sehe ich auch hier potenzial wieder bis in richtung 136 allerdings genau das gleiche szenario in richtung süden sollten wir die goldene linie die unter uns verläuft nach ohnehin rausnehmen was die letzte unterstützung ist nachdem wir hier nach oben getrendet sind das verläuft im moment bei 108 dann kommt nur noch eine kleine marke diese rote linie bei 106 die uns halten kann wenn die uns auch nicht hält boom dann gibt es einen ordentlichen baller mann in richtung süden erstmal auf 100 dollar danach in richtung 93 also auch hier aufpassen link alles auch wie gehabt hier dass selber mögliche mögliches reversal ist erst möglich wenn wir diese rote linie hier wieder nach oben hinaus genommen haben das ist die 15 85 doch dann kommt uns hier das direkt entgegen also wenn ich hier eine trade nehme dann muss ich gucken was eine 16 12 ungefähr passiert nehmen wir die auch noch logischerweise 16 50 alles darüber wäre tippitoppi dann geht es auch weiter hier ebenfalls einfach darauf aufpassen ob wir nicht so etwas machen nur so wenn wir dann hier diese los unterscheiden das ist die marke von 15 11 dann geht es auf die goldene linie unterschreiben wie die nach unten ist auch hier ganz doll schluss mit lustig luna 1,5 prozent im minus würde ich mir jetzt noch keine sorgen zu machen denn das ist aktuell ein retest für den aufwärtstrend warum ihr seht hier wir halten bei luna weiter unsere super wichtige goldene aufsteigende linie die müssen wir halten denn ansonsten geht das ganze auch hier z z ziemlich zügig richtung süden und ihr seht jetzt auch vier stunden basis dass wir hier ein mögliches reversal haben wir sind wir haben ja prognostiziert dass sie an dieser linie bouncen werden das ist ja bis jetzt auch passiert und wir haben weiter die möglichkeit bis in diese goldene linie hier wirklich hinzukommen warum rede ich jetzt von einem vor dem umkehr ganz einfach diese vier stunden kerze diese grüße über einen boom und jetzt das hier ist ein retest wovon richtig hier da sind wir immer gescheitert auch mit vier stunden kerzen dann haben wir das auch hier nach oben hin genommen retest follow up ausbruch retest möglicher follow up also wenn die nächste kerze eine kerze schließt über 97 50 habe ich die möglichkeit hier zu longen erst mal zumindest bis hier in diese goldene linie die verläuft dann bei 100 gern auf den punkt und hier müssen wir dann aufpassen dass dann dort nicht das mögliche bären szenario wieder einsetzt also entweder an dieser linie profite nehmen oder stop loss auf break even und dann mal gucken wie es weiter geht ansonsten sollten wir natürlich wieder ein tageskloß kriegen hier über unser monster grönen linie bei 101 50 dann steigen wir wieder in richtung 110 und können auch all-time-heiß wiedersehen definitiv affencoin wer hier interesse an dem monkey coin hat der hat vielleicht bald die möglichkeit warum goldene absteigende linie das ist unser abwärtstrend bricht die nach oben gleichzeitig horizontal hier bei 11 dollar 60 cent ok 11 71 tut mir leid dann habe ich die möglichkeit hier den long einzugehen 11 dollar 71 müssen wir mal hier haben wir alles relativ gut prognostiziert das können wir also so können wir erstmal schließen das ist nämlich hier das sind diese vier stunden kerzen also der bruch dieses jahr dann habe ich die möglichkeit hier den longi einzugehen dann können wir durchaus haben potenzial bis hier in diese rote linie wieder zu steigen bei 12 43 das wäre natürlich wären schöne prozent in richtung norden ansonsten sollten wir hier mit einem vier stunden close unter die marke von 11 dollar 58 fallen dann wird es unlustig bei dem affencoin ziemlich genau das gleiche auch hier wir wollen eine absteigende linie ihr seht hier wie viel auflagepunkt die hat die wurde keinmal gebrochen resistance resistance support 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 widerstand widerstand brauchen wir sollten wir die nach oben hinbrechen sehe ich hier die möglichkeit dass wir bei crow von dieser marke steigen das ist 44,7 cent sehr sehr schnell natürlich in 45 cent und hier wird sich dann die spreu vom weizen trennen also wer wirklich long eingehen wird wartet auf den vier stunden close über 45 cent denn dann werde ich die rote linie noch mehr reichen bei 46 cent sollten wir die nach oben hinbrechen sehe ich auch härtere kurse in richtung norden ansonsten passe ich hier einfach auf was wir die letzten los nicht unterscheiden und wir hier nicht eine art h kriegen das bedeutet alles mit einem vier stunden close unter 43,4 cent wird den weg weiter in richtung süden ebnen serum minus 0,5 prozent im moment kein grund zur sorge jetzt hier aber falls wir hier diese schulterkopf schulterformation wirklich beändern sollten und das wäre ein tages close unter der marke von 2,47 dollar dann geht es hier ganz ganz doll ganz ganz bitter in richtung süden da würde ich mit jedem fall ein Auge drauf haben positiv wäre für mich wenn wir hier das ganze zurückerobern würden diesen knoten punkt und damit würde er also ich würde den long setzen ab der marke von 2,83 dollar das sind dann hier nämlich noch diese kerzen heraus das wäre für mich auf jeden fall die nächsten long position wenn wir hier drüber kommen dann boom können wir auch einen schönen push sehen in richtung 3 dollar oder sogar hier in diese goldene linie bei 3,25 ansonsten würde ich jetzt gerade erstmal zugucken und nichts machen sollte ich hier den unterstützungslinien brechen auf stunden auf vier stunden basis das seht ihr dass wenn ich die trendlinie jetzt einzeichne dann ist das erstmal kein gutes zeichen dann wird uns das zurückführen in 2,58 danach auf diesen week 2,53 und danach vielleicht auf unsere rote linie mario was sagst du zu mina mina auch hier ein sehr sehr schön sehr sehr krassen aufwärtstrend hingelegt sage ich einfach mal ähnlich wie bei vielen anderen und dann bumm nach oben in ausgebrochen jetzt müssen wir hier aufpassen dass wir nicht ein langes dreieck machen und nach unten hin ausbrechen dann wäre das wie bei vielen anderen coins der weg in richtung süden das wäre sehr sehr schlechter dieser kanal den hätte man theoretisch so einzeichnen können das wäre dann unser typischer unser dreieck was nach oben hin ausbricht mit dem aufsetzer und dann noch einmal der finale push in richtung norden breche ich dann hier wieder durch berechnen in anführungsstrichen alle dämmer so passt es auch deutlich besser diese vier stunden close ist zu vernachlässigen aber ihr seht das jetzt hoch aufgesetzt dann der finale push noch ein push das ist genau das 9 aus 10 das szenario aus unserem fraktal jetzt runter möglich ist noch mal aufbauen und aufbauen bevor wir dann durchfallen sollten wir hier wirklich diese marke nach unten hindurch schreddern oder einen knotenpunkt das ist jetzt zum aktuellen zeitpunkt die marke von drei dollar dann wird es auf diese goldene linie gehen verlaufen bei 92 aber durchbrechen wir die nach unten dann eher in richtung 2 50 passt auf bei mina möglich erneuerung anstieg jetzt für mich erst hier oben wenn ich die marke von 3 dollar 50 wieder rausnehmen das 15 prozent entfernt ansonsten habe ich keinen bock hier gefangen zu sein in dem trade der natürlich auch schon sehr sehr gut gelaufen ist der man von tief bis zum hoch nimmt aus 123 prozent in ein paar tagen da springe ich jetzt nicht hinterher die x2 hat schon das gemacht was wir gerade gesehen haben bei mina und zwar ein leichter aufwärtstrend der dann immer steiler wurde und dann hier das war das blow das war der retest der linie und dann geht es noch mal hoch zur 9 runter dann die 10 abwärts aufgesetzt auf diese linie kleiner bauen bahn bahn hier ist genau dieses szenario eingetroffen von dem block top und dann das gleiche wieder runter deswegen müssen wir als hier auch auf folgendes achten ich habe überhaupt die möglichkeit erst wieder in Long einzugehen, wenn ich diese goldenen, absteigende Linie nach oben hin rausnehme und gleichzeitig die nächste höhere Horizontale und das ist mal dann hier die Marke von 5,41 Dollar. Vorher mache ich gar nichts, denn ihr seht, diese 4 Stunden Kerze, die sind noch genau an dieser Linie. Dann muss ich hier drüber und dann habe ich die Möglichkeit zu Long 5,42 Dollar. Dann geht es auch hier erstmal sehr, sehr schnell in 5,60 Dollar, dann 5,70 Dollar. Und hier seht ihr dann, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, sollte das nach oben hinbrechen, 5,68 Dollar. Dann geht es hier in Richtung 6 Dollar oder noch weiter hoch. Natürlich sollten wir von hier aus darauf achten, dass wir nicht wieder ein Haar kriegen und dann diese Los unterschreiten, 4 Stunden Kerze unter der Marke von 5 Dollar. Die wird uns sofort in 4,90 Dollar ballern und sollten wir das auf Tagesbasis dann nach unten hinbrechen, dann sehen wir hier die Los nochmal wieder bei 4,50 und danach 4,30. Miota, Iota hat auch schon hier alles abgefrühstückt, schöner Tritt nach oben, aufgesetzt, 9 und dann war hier ein tieferes Hoch und dann ging es durch unseren Knotenpunkt, aufgesetzt, versucht das Ganze zurückzuhören, nicht geschafft. Auch hier jetzt gerade noch nicht die Möglichkeit zu longen, das könnte sich aber ändern, falls ich von hier aus wirklich steigen sollte, über diese goldene Linie, gleichzeitig über Rot, das ist die Marke von 77,5 Cent, dann habe ich die Möglichkeit den Long einzugehen in Richtung 80 Cent. Und falls wir die goldene absteigende Linie nach oben hin brechen sollten, dann sehe ich auch weiteres Potenzial wieder in Richtung Norden, also hier wäre der erste Entry. Vorher lasse ich das Ganze an, sollten wir die Lows hier unterschreiten, gleichzeitig diese goldene Linie hier auf Tagesbasis nach unten herausnehmen, das ist die 71,1 Cent, dann geht es ganz, ganz schnell in Richtung Süden. Das war es für das All-Con-Update, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ja, lasst mir immer einen Like, einen Kommentar für den Algorithmus da, schreibt in die Kommentare, welchen Coin ich morgen für euch analysieren soll, dann versuche ich das natürlich zu machen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag, ich glaube auch, ja, wie am Freitag schon gesagt, dass heute ebenfalls nicht viel passiert ist, am Wochenende sehen wir meistens Seitwärtsbewegungen, dabei bleibe ich und von daher erwarte ich jetzt keine Mega-Moves überall und deswegen macht was Schönes, geht raus, verbringt den Tag mit Freunden, mit der Familie, mit Frau und Kindern, was weiß ich, ist mir egal, aber macht irgendwas Schönes, startet nicht den ganzen Tag auf die Kurse, es gibt Wichtigeres im Leben. Okay, das gibt es noch nicht die Frühstück. Alright, ich kann nicht die Frühstück hinbekommen,